Moin moin Freunde, was geht? Ja ihr habt genau gesehen, ihr seid auf dem Kanal Nerd. Ja, auf jeden Fall, ihr seid bei mir, bei dem Dennis und es geht hier natürlich um Halloween. Wer hat es natürlich gesehen, es geht um Halloween und die Frage ist natürlich, nein, ihr seid nicht auf einem Schminkkanal gelandet, ihr seid bei mir gelandet und ich bin natürlich auch einer, der sich wie der hier gerne natürlich auch verkleidet. Hallo, süßes Haus, sonst gibt es Aures, ich hätte gerne ein paar Banschen. Was, du willst Süßigkeiten? Alter, verpiss dich, hier gibt es keine Süßigkeiten, schmier ab hier. Ja, so habt ihr gesehen, der wurde natürlich abgewiesen, aber das Ding ist so, hier wird es nämlich gefeiert. Da geht man nämlich auch mit so einem Korb hier lang, ja mit so einem Korb hier lang und holt sich dann die Banschen von den Erwachsenen, also eher die Kinder. Und die laufen natürlich durch die Gegend und ich bin auch so einer, der natürlich jetzt sich gerne hier mal ein bisschen zeigt und noch ein bisschen sich dann schminken lässt und die durch die Gegend läuft. Das ist halt hier so ein bisschen Tradition, das ist eigentlich unser Ritual, jedes Jahr gehen wir los und da sind jetzt ihr gefragt. Ja, du, du, du und du. Wie sollen wir rumlaufen? Da spiele ich euch nämlich jetzt ein paar Videos an. Ha, ha, ha... Ha, 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 ha... Ha, ha, ha... So, jetzt seid ihr halt gefragt, wie sollen wir rumlaufen, was ist euer Favorit als Schminke, als Schminki-Schminki und das gerne in die Kommentare setzen. Und ja, es hat auf jeden Fall doch mir so gesehen nicht so viel Spaß gemacht, der Frau ist das immer eher, die macht das ja gerne und so weiter, ich bin ja fast wie eine Pussy am Wein, wenn ich das hier reinbekomme, das könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas überhaupt mögt oder nicht, ne, es ist wirklich so die Sache für sich als Mann und ich würde sagen, ja, es war mal halt so ein anderes Video zu Halloween halt, bisschen Spooky-Spooky. Und da ist natürlich jetzt die Frage, gebt ihr dem Video einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten oder lässt ihr natürlich ein Abo da und vergesst nicht auf den kleinen lieben Phantomas zu gehen, der macht nämlich jetzt seine November-Marathon-Wochen und er macht natürlich auch sehr coole Videos, also schaut da mal gerne mal rein. Das war jetzt mal ein kurzes Video von mir halt an Halloween, so als kleines Special und ich würde sagen, Leute, bis denn und tschau und BÄM! Ha, 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 ha!